Musik 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 Wow Fuck man, was du diesen Typen hier? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. What the fuck, Alter, wo sind wir denn hier? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Hey, schieb mich nicht rum, Jao. Ich spiel jetzt also wie so ne Rückblende oder was? Das ist ziemlich cool. Fein da. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen? Yeah. Nach dir? Warum? Sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus. Gruselige Geräusche. Uh, spukt es hier? Na hoffentlich doch nicht, ne? Leck mich. Ich war Chef Moderator. Vertretung Piet, nicht Chef Moderator. Was sagst du? Nichts. Was sagst du? Worum geht's hier, André? Die selben Bilder. Verlassenes Farmhaus. Vermisste Familie. Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lang soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Das ist definitiv. Gibt nen tollen Zwischenstich. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler. Die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Okay. Und sie waren still. Nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lukas. Ey, das liegt halt immer noch so. Toffen war ein schwarzes Schaf. Eklig. Guck mal wie der Fisch nach aussieht. Ah, Mist! Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Fast genau so. Oh, Scheiße. Gut, dass ich gelimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? Ich weiß nicht, bin ich André? Jo, was geht ab, man? Was ist los? André! Äh, was denn? André! Weißt du, wo André hin ist? Weißt du, wo André hin ist? Weißt du, wo André hin ist? Oh, das ist der Typ, der weg ist. Okay. Ich bin nicht André. Ich heiß nicht André. Wo ist er? Weiß ich nicht, Mann. Echt unglaublich! Ich bin stumm. Ich kann... Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite! Ich mein, Produzenten kommen... Da stand doch gerade wer! Da stand doch gerade wer! Ein Kameramann wie du, Clancy! Du bleibst bei mir! Bin ich behindert, Alter? Da stand doch gerade jemand. Bin ich behindert, oder war das ein Clippingfehler? Und das Shirt? Okay. Hier rein? Nein? Da rein? Was war das denn? Weiß ich doch nicht, Mann. Hast du es gehört? Ja, sicher. Geh halt rein. Go! Du hast die Taschenlampe, Mann. Du bist unbesiegbar. André! Wo zum Teufel ist der? Hier ist doch nichts. Da hinten ist die Glotze, wo ich uns gespawnt habe. André, wo bist du, Mann? I don't know. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas, wa? Kann ich die anfassen? Nee. Okay. Kamin! Was zur Hölle? Woher wusstest du das denn, Mann? Soll das ein verdammter Witz sein? Woher wusstest du das? Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung! Scheiß auf die Sendung, okay. Hocken! Wir hocken uns. Okay. Runter da! Go! Rein! Widersteht er doch! Du zuerst! Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also... Du zuerst! Wie mache ich das? Ah, okay. Da hängt er doch. Da steht er doch. André! André! Komm! In der Mitte! Was siehst du? Was ist? Ja noch gar nichts! Die Treppe ist endlos lang! Da steht er doch! Der ist da! Komm her! Oh ne, da kommt doch jetzt was! Da kommt jetzt... Yo! Yo, Alter! Yo! Wo! 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 Er klappt im Ge... Wo! Da ist wer! Ja! Es lief nicht so gut! Das hier... Ah! Wo kommt denn die Note her? Ich werde dich an den Steinen zerschmettern! You! Oh! No! No! What? Okay! Soll ich mal aufs Knöpfchen drücken? Oder sollen wir erst nochmal hoch gehen? Gehen wir nochmal hoch? Wir gehen erst nochmal hoch, oder? Wir gehen... Wir gehen nochmal... Hängt das da eben... Konfus! Hallo? Ich habe ein Anliegen! Ja bitte! Ähm... Ihr dürft... Bleibt... Bleibt bitte... Ganz geschmeidig! Ich würde gerne hier die Treppe hoch gehen! Ohne... äh... Zu sterben? Äh... Puppen, Alter! Nee, Mann! Hallo? Ihr seid... Oh! Fuck! No! Ihr habt euch grad umgedreht! Yo! No! 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 Ihr seid still! No, 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 no... No! 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 Nein! Nannannannannannannannann Butter... Ich seh euch! Ja! Ich seh euch! Ya bleibt schön da! So! Und jetzt gucken... Ah, okay. Ah, ja, alles klar. Ah. Gut. Oh! Ihr könnt euch duplizieren. What the fuck? Hau ab, Alter. Was ist mit dir? Geh weg. Yeah. Damit hast du nicht gerechnet. Das mache ich mit euch auch hier. Habt ihr gesehen, was mit euren Freunden passiert ist? Okay, ich kann mir den Knopf drücken jetzt. So, Jumpscare. Okay, no. Alles klar. Mir geht's gut. Verdammte Schaufensterpuppen. Alles Amateure hier. Was denn hier schon wieder? Hier bleibt schön nach oben. Hier komisch. Und da gehe ich nicht nochmal hin. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Durch die Schimmeltür. Die zugeht von alleine. Okay. Hallo? Ew. Fuck, no. Das ist... Das ist... Hm? Okay. Wir machen mal... Offenbar kann man da etwas anringen. Spülen können wir, aber geht nicht mehr. Gut. Oh, ich hab das Gefühl, da kommt... Da kommt gleich... Das ist doch alles eklig hier. Scheiße. Nee. Äh. Nehmen wir mit. Was? Pistole? Oh, geil. Wenn wir Knifte kriegen, das wäre... Oh, nö. Äh... Ah, da waren wir schon. Kein Wasser im Tank. Ja, ja. Machen wir ja zu. So, äh... Wir gehen, wir gehen, wir gehen jetzt... Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ein nackter Mann, der liest. Okay. Ja, Pistolenmunition. Cool. Wir dürfen... Wir kriegen wohl irgendwann eine Knifte, schätze ich. Und dann können wir Leute wegkniften. Und dann ist hier auch nichts drin. Weil... Warum sollte da auch was drin sein? Because... Äh... Verschlossen. Geil. Richtig geil. Macht richtig Spaß. Ein leeres Notizbuch. Okay. Kann ich aufschreiben, wie sehr ich gerne woanders wäre. So, dann gehen wir wieder durch die Schimmentür. Hallo? Schließe dich, Tür. Ich bin ein Jedi. Ihr bleibt schön da oben, ihr Scheißpuppen. Ihr geht mir nämlich auf Eier. So, wir gehen jetzt hier mal durch dieses Loch. Dieses komische... Dingen hier, ne? Wir gehen da mal runter. Und dann... Ziehen wir da mal dran. Weil was soll da schon passieren? Geil. Geil. Hallo? Äh... Ich bin zurück. Äh, fuck no. Mein Schlüssel. Hintertür-Schlüssel. Hintertür-Schlüssel. Ob wir dadurch wohl... Ich schätze, wir können einfach wieder zurückgehen. Und da einfach durch die Dings latschen. Und dann... Jetzt passiert doch gleich was. No! Who the fuck are you? Yo, äh... Ich hab ne... Äh... Ich kann dich mit Kugeln beschmeißen oder einem leeren Buch. Yo. Yo. Das ist... Äh... Ne, ne, ne. Äh, mach ganz ruhig. Ich hab doch... Ich will doch nur hier raus. Ist doch alles okay jetzt. Ich will doch nur... Ich will doch... Ich will doch gar nicht... Ich tu dir doch gar nichts. Ich will doch einfach nur... Äh... Ne? Du kannst deinen Raben in der Mikrowelle behalten. Und deine gammeligen, toten Sachen im Kühlschrank. Und... Oh, fuck no. Warum machst du sowas? Du hast doch einen Stöckemarsch, offensichtlich. Ne. Wir gehen jetzt... Wir hauen jetzt... Nein! Ihr seid ruhig jetzt. Wir hauen jetzt ab. Ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt hier raus. Wir hauen jetzt, äh... Hier, das da. Und hier die Freiheit. Willkommen in die Familie, die Gäste. Au. Wieso immer ins Gesicht? Meine Hand. Still. We gotta get the fall out of here. Ohhhhhhhhhh Ohhhhhhh Ohhhhhhh What? Nee Aha Lass mal nicht machen Willkommen in der Familie Das schlechte Ende Oh Es gibt mehrere Enden Ja Das hab ich wohl gut verkackt würde ich behaupten Ähm Ja Oh No Oh No Oh 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 So Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017